Digga, ich seh einfach aus wie ein fucking Viereck, hä? Digga, hä? Ja, am Anfang nicht, ich will mir auch nicht. So richtig ruhig, einfach. Verdammte Scheiße. Auf mich wird so gesniped, Digga. Ich weiß, hä? Ist hier ne Kiste? Hier ist aber ne Kiste im... Ja, du kleine Loppen, ne? Hier sind noch zwei Henrik, ne? Wie bitte? Zwei Stück direkt hier bei dir auch wieder. Acht Meter von mir. Ja, bei mir. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Digga, wo geht's hier raus? Oh mein Gott, bist du schlecht? Er ist hier vier Meter. Nein, 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 nein. Digga, Henrik, wo ist hier das Treppenhaus? Alles klar. Einfach ne fucking Schaufel zweifache. Schalter sie aus oder nimm das Ziel ein. Ich komme jetzt zu dir. Ja, ey, Digga. Das war die Lied. Domek wäre der Erste, wenn er keinen guten Job kriegt, dass er sich ne Sugar nähen will. Er nimmt sich noch nicht nur ne Sugar Daddy, sondern Sugar Mami. Ne, andersrum. Ach, ja. Ich will auch ne Sugar Mami. Ich will auch ne Sugar Mami. Ja, natürlich will ich ne Sugar Mami. Digga, die wären mir ein bisschen zu alt. So ne 90-Jährige, die so... Oh ja, stimmt, stimmt. So ne 90-Jährige, Digga. Ja, moin Digga, wo die Käse ist. Du stehst ja noch kurz. Äh, okay. Weglätter doch. Da ist wieder ein Einladung. Du hast gehört. Ja, hier sind welche. Einer hat gestöhnt. Oh nein. Ich glaub, der war halt echt nah, weil das war echt laut. Ich hab richtig in mein Ohr reingestöhnt. Fand ich bisschen geil, no joke. Guck mal. Leider kann ich snipen. Ich hab gesniped. Hab zwei. Wieg in Sicherheit. Hab drei, hab drei, hab drei. Er rappt ihn da. Ich glaub ich. Ich kann nicht treffen von hier. Ich geh zu nah. Nein, das liegt. Nein, hinter mir. Ja, aber als ich das noch gespielt hatte, hab ich da echt aufgehört. Ich schwör am Ende, Digga, immer. 300er. Stark. Richtig gut gespielt, Henrik. Ich hab auf dich geschollt. Wir haben uns instant gefanischt. Stark gespielt, Dominik. Das war noch. Ähm. Vollrücken. Achtung. Aktivität. Ignoriert das. Sichtkontakt. Setz für einen Sammelpunkt. Ignoriert das. Sichtkontakt. Da ist ein Gegner. Smack gekriegt. Nein, 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 nein. Schade. Was ist das denn? Dann geht die Einstellung noch leise. No, wollen wir hier? Oh, hell. Einfach auf dem Weg. Wo denn? Wo ich gerade bin? Ja. Es war halt schon noch 16. Dadurch nicht langsam. Äh. Leise, oder? Da kommen welche. Äh. Eine Runde zu uns. Das ist die beste. Noch zwei. Alles klar. Was? Noah, wo bist du? Im Jenseits. Noch ein Gegner. Oh, perfekt. 8000. Okay, okay, Leute. Leute, Leute. Nein, 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 nein. Ihr werdet wieder überlebt. In zwei Sekunden. Seid weit. Und los. Komm, komm, komm. Stark. Nein, ist der nicht mehr. Da hinten läuft einer weg. Er ist weggelaufen. Er ist weggelaufen, ne? Ist der letzte? Oder ist er noch in? Willst du noch Geld noch? Willst du was stoppen? Gerne. Achtung. Drohntreibstoff wird knapp. Der ist im Schutz gedoppelt. Das ist das ja. Hier bei mir. Oh, Mann. Den. Du trickiger. Sorry. Äh. Aber, Digga. Erst haben wir einer Shotgun im Raum. Bei mir. Nice. Er war steht vorgebracht. What the fuck? Ich war einfach instant tot. Das war ein harter Kampf. Ich hab's nicht zu dir. Und gewischt. Ja. Dein englisch. Boah. Schwein. Keine Waffe. Fick dich. Nein. Ich hab sie nicht gekriegt. Ich hab alles andere aufgeworfen. Ey, was wolltest du? Folgendes. Soми eine Wiedersehen. Und wir. Und wir haben ihn. Und wir haben ihn. Und wir haben ihn. Und wir haben mit mir. Und wir haben ihn. Untertitelung des ZDF, 2020